bismillahirrahmanirrahim salam alaikum liebe schwister hamdulillah heute ist der erste fastentag paar daten bisschen olivenöl bisschen brot am frühen morgen hamdulillah bismillah und denk dran immer viel wasser viel wasser und pack dir das und dengang der prophet aleyhissalatussalam hat gesagt das saharu fa innafis suhuri baraka macht suhuri denn im suhu es baraka das heißt man denkt vielleicht bei euch den ganzen tag das kann ich gar nicht schaffen aber wenn man suhuri macht dann schafft man es inshallah der der prophet sagt das baraka da ist segendrin assalamu alaikum warahmatullahi barakatuh und haltet das fasten durch